So, hi Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Spec Ops, The Line. Gut, die Brücke. Was hat es damit auf sich? Und schaut mal, wie viele Granaten das sind. Was ist denn das für eine Waffe? Hä, bin ich jetzt blöd irgendwie? Habe ich die aufgenommen? Ach, das war Munition. So, ich hoffe, das war's mit dem. Nee, noch nicht ganz. Adams ist einfach nur Goldberg. Welche Schrotflinne sind. Haha. Ja, Granate, da können die nicht viel machen. Außer Beten. Ja. Dasselbe jetzt mit uns. Nein, 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 nein. Das wird sehr eng jetzt, das wird echt sehr eng. Los, 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 los. Nein, 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 ich verreck jetzt. Ich verreck, ich verreck, ich verreck, ich verreck, ich verreck. Ich verreck. Für Adams. Scheiße. Scheiße. Für Adams verreckt. Super. Super. Super, super Trooper. Ne, Trooper war leider noch nicht da. Das ist ja dann alles schön abgerundet. Dann könnte ich dann sagen, ja, Trooper. Super. Keiner lebt ewig. Ja, mit dem Spruch kommen wir da ganz sicher durch. Auf, da hauen wir jetzt einfach mal so eine Granate raus. Da können wir mitspielen. Du bleibst hier. Ich will da gar nicht vor eigentlich. Moment. Ich, ja. Ist das eine Bombe da oben? Nee. So, die passt da doch ganz gut rein, oder? Ja, die passt da gut rein. Hat er gerade gefragt, wie die Lage ist? Das kenne ich nur von so einem YouTuber. So, auf jetzt. Auf, jetzt. Nee, 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 nee. Das glaube ich jetzt nicht. Wie schnell sterbe ich denn bitte? Was ist denn das? Sind wir hier irgendwie beim kostenlos Sterben spielen, oder wie? Left 4 Dead, ja, um nochmal anzusprechen hier. Wir müssen ja auch hier eigentlich vom Tod fliehen. Keiner lebt ewig. Dann mal los. Jetzt kann ich sagen, der Spruch ist alt. Hey, will ich den Wichser töten? Ja, natürlich sollst du den töten, oder willst du mit dem Kartenspielen? Schau, ich will aus. Machst du mit dem Kartenspielen gerne. Ja, das war für Logo, du Wichser. Genau, so müssen wir vorgehen. Genau, schalte ihn jetzt mal aus. Ja, ich warte immer noch. Du wartest immer noch, okay. Einer? Das sind fünf. Okay. Okay, okay. Gleich tot. Ach, hier kann man sich verstecken, ja, das ist nochmal praktisch. Schell dir das? Idiot, ist du in der Denkung? So. Er probiert's! Kanate raus! Bitteschön. Kill ist bestätig, verdammt! Scharfschülze! Du nimmst ihn da oben. Und bitte treff ihn auch. So, auf jetzt. Trifft der gerade überhaupt jemand? Ich hoffe's mal. So, da will ich auch nochmal nachladen. Jaja, lass dir Zeit, natürlich. Ich meine, wir sind ja nur im Krieg. Da ist Adam. Wer ist tot? Auf jetzt. Ja, der ist tot genug für mich. Danke der Nachfrage. Okay, das wird jetzt sehr eng. Das wird echt sehr eng. Ja. Werfe Granate! Ist der links? Da kommen noch mehr aus dem Gebäude. Yeah. So wird das geregelt hier. In Dubai. Bam! Du bleibst weg von dem Teil dahinten. Du bleibst einfach weg da. So, dann nimmst du den mal. Und ich nehm den da, wenn er herkommt. Wegen dem einen? Na okay, sind deine Granaten. Nicht meine. Aber das hier sind meine. Yeah. Ne, ach, der Set Eagle jetzt noch nicht. So, Munition. Boah, Freunde, 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 Freunde. Zum Ende hin wird das Spiel echt nochmal richtig schwierig. Das kann ich euch sagen. Aber ich lasse die Schwierigkeitsstufe doch so. Das soll ja ein bisschen fordernd sein noch. Ich bin ja noch in der Ausbildung, kann man sagen. In der Ausbildung zum Pro-Gamer. So, dann blend einmal bitte. Was? Nein, 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 nein. Gefällt dir das? Ja, gefällt mir sehr gut. Wer ist der Granate? Wo ist die, wo ist die, wo ist die? Nein, 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 die ist direkt neben mir. Die ist direkt neben mir. Der wirft die immer, oder was? Noch einer. Er ist weg. Haltet sie mir kurz vorbleiben. Das war schwierig, das war schwierig. Den da vorne könnte ich theoretisch exekutieren. Boah, jetzt doch nicht so brutal. Ganz easy, easy, easy. Wo geht's denn hier überhaupt weiter? Mal so eine andere Frage jetzt mal. Ich seh die ganze Zeit nur, wo Gegner sind. Aber, ach, hier geht's rein. Passt auf die scheiß Rotfee drauf! Werfe Granate! So. Damit könnt ihr was machen, oder? Damit könnt ihr was anfangen, Jungs. Das ist doch was für euch. Grün? Was ist denn das jetzt für ein grüner Nebel hier? Also die Farben in dem Spiel, da fühlt sich echt wie Erfolg ist 7. Okay, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt eigentlich. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Komm! Was für ein Scheiß? Ich rede keinen Scheiß. Ja, okay, doch. Ich rede Scheiß. Hast recht. Gut. Ja, 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 ja. Bin schon da, bin schon da. Bin schon da. Und jetzt kommen wir da durch. Ach, du machst das gut. Gut. Wie zur Hölle sollen wir da vorbeikommen? Kann mir das mal jemand verraten? Nee, nee, nee. Nee, nee. Nein. Willkommen in der Hölle, Walker. Wir haben sie erwartet. Was zur Hölle? Walker, was machst du denn? Ja, was soll ich machen? Die brennen mich doch an. Wir müssen den Mörser zerstören. Noch ein Schuss aus dem Mörser und wir sind hin. Schalt ihn mit der APG aus. Ich beschäftige die Kerle. Phew.